Hallo und herzlich willkommen zurück zum Max Payne 3. Wir waren hier beim Terminal oder so. Erstmal alles wieder gegenhauen wieder. Dann wollen wir uns doch gleich darum kümmern, hier um die Leute. Oh, mal komm. Zack. Umgekippt. Sehr schön. Okay. Wo ist unser Freund hier? Da war unser Freund. Ja, vor allem, wenn du da reinriffst. Da wird es nicht so schnell sein, wenn wir hier bleiben. Wir müssen gehen. Giovanna, komm her! Oh, Mann! Zack. Ach, schade, die Waffe fällt nicht ganz so unter. Habe ich gerne noch mal gespielt, glaube ich, die Waffe. So. Äh, Schrotflinte, warum nicht? Green, Pistole, nicht? Alle Schrotflinten noch. Hm. So, da sollte ich mal Schmerzmittel nehmen. Goldenen Waffenteil hier, den, den, den nehm ich mit. Naja, ich lebe noch. Guten Tag. Oh, danke Gott. Da sind wir. Okay. Ja. Hier, schnell, schau runter hier. Keine Ahnung, von der Seite. Quick! Bleib gleich hier, während ich es rauskomme. Sicher, du stehst an der Seite. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ja, das kriegst du schon hin. Oh. Was? Was? Oh. Oh, fuck. Das gibt man schön... Rote Fliegen. Das ist ja unnötig, hier durchgef- durchgespüntet. Okay. Das kann man hochlegen, das ist schon mal gut. Gib mir Pain-Killer. Ein bisschen, äh... ein bisschen unnötig, ne? Oh. Da. Ach, komm. Noch mehr. Wo? Kann ich die Zeitung lesen? Nee. Beziehungsweise untersuchen. Okay, jetzt kann ich aber bestimmen. In der Ruhe liegen die Schuhe oder die Kraft, je nachdem. Nehmen wir mal lieber die Elfereil mit. Liegen die Schuhe, sehr schön. Aha. Was ist sie denn? Ja. Oh mein Gott, Max! Komm her. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber wir müssen die Hölle rauskommen. Lass uns gehen. Wir werden es nicht machen, sind wir? Wir werden alles gut machen. Wir müssen nur aufhören, bis zum Passos geht's hier. Das war nicht so gut. Was die Hölle war Giovanna und Marcelo denken, gehen in da von ihnen selbst? Ich glaube, ihre Planung war nicht mehr idiotisch als meine. Und ich konnte sie wirklich nicht verlieren, zu verlieren in die Bronco's security-detail. Versuchung ist es wert. Bei der niedrigen, äh, bei der niedrigen, ähm, ins Erwartung noch. Die Hölle war nicht mehr. 1, 2, 3, 4, und Och mehr, Och mehr Ja, 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 ja Bist du sicher? Ja, keine Waffe. Ich find' einen Weg durch. Bleib ruhig und schau runter. Ich war gut an das. Und Knöpfe drücken. Wir nehmen uns den goldenen Waffenteil mit. Den anderen haben wir ja eh schon vergessen. Hierfür sind es vier Taten. Ne, drei. Ich hätte schon mal in keiner Stand. Vier. Eins von vier. Hm. Falschgeguckt. Blind. Sonstiges. Max! 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 Ah, ich kann nicht einen Weg hier unten sehen! Es muss etwas sein. Oh mein Gott! Max, Luca! Max! Eins, zwei... Na komm, lass mich hängen. Wir haben doch bestimmt hier auch noch was. Okay. Hey, hey, hey. Beide tot, beide tot. Alle tot. Alle tot. Da. Ich nehme mal raus und... Kommste ein bisschen später. Okay, kann nicht mit leben. Ich bin nur noch für den Knopf direkt dran. Hier ist doch bestimmt noch was, oder nicht? Sollte ich mich irren, sollte ich mich nicht irren. Schmerzmittel oder so? Gar nichts. 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 Null. Schmerzmittel, komm mal, lass uns gehen! Komm schon, lass uns weg von hier. 1, ist okay, ich bin gerade hinter dir. Da haben wir welche, die wir einpacken. Hier war eben irgendwas. Okay. Ich muss es verlieren. Anscheinend. Anscheinend. Oh, geht's weiter. Hier geht's weiter. Oh, hier geht's weiter. Oh, hier geht's weiter. Oh, hier geht's weiter. Tiefig unten. Mm-hmm. Es geht's weiter. Okay. Wo sind die Mä petition? Oh. Ich würde mich im Tord, kasih発others. wo ist der letzte Da war der letzte Barmite auf. Märzmittel reinpfeifen. Mal wieder das Netz. Haben wir hier noch ein Teil. Ja, ich glaube. Ich glaube. Das ist genug. Komm schon. Dammit. Max! Du bist derjenige. 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 Okay. Ja. Da konnte ich jetzt sehr viel machen. Es war dämlich. Sehr dämlich. Okay. Mein volles Leben. Mein etwas. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Du bist derjenige. Okay. Du bist derjenige. 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 Auch die Bronco. Sie können so viele Verte anbieten. Okay. Schauen wir mal aus. Komm schon! Wir müssen Fassos finden! Oh! Nice! Jetzt haben wir die hier hin gehören. Hey! Wo geht ihr? Wo geht ihr? Wo geht ihr denn? Ich bin hier. Ich drücke Knöpfe. Wie ich es am besten kann. Fassos haben bereits erreicht. Wir müssen uns aus diesem Ort rauskommen. Alle Skills perish! Ich hebbe! Ich hebbe, er bigger Junge lleg sant! Ich Soon von Grau! Zähra! Ich bin hier, ich bin hier! Sch., Linda! Okay, ich hab nicht Escape gedrückt, aber wenn der Spielpause sagt, dann ist an dieser Stelle die Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag noch und wenn ihr möchtet, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!